Über die Erhebung sprechen wir mit Yvonne Gehrig von der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg, die die Studie mit durchgeführt hat. Einen schönen guten Abend. Wie bewerten Sie die Ergebnisse der diesjährigen GYM-Studie? Ja, ein wichtiges Thema wurde ja schon angesprochen, das Thema KI. Da haben wir auf jeden Fall neue Erkenntnisse gewonnen. Und was dieses Jahr auch besonders war, ist, dass wir sehr viele offene Fragen gestellt haben. Also einfach wirklich die Jugendliche selbst zu Wort haben kommen lassen und sie ganz frei antworten konnten. Zum Beispiel, was sind Themeninteressen? Aber auch, wie blicken sie in die Zukunft? Was sind Dinge, worauf sie sich freuen? Was sind Dinge, was Sorge bereiten? Und ein ganz wichtiges Thema war auch schon in früheren Studien. Ein wichtiges Thema ist natürlich die Nutzung von Social Media. Das ist nach wie vor ein Schwerpunkt. Was macht denn den Jugendlichen Freude, beziehungsweise was bereitet denen Sorgen? Bei der Freude steht ganz klar so was wie persönliche Weiterentwicklung im Vordergrund. Viele freuen sich darauf, endlich den Führerschein zu machen. Aber auch die weitere Ausbildung, also sowas dann endlich die Schule abzuschließen, ist bei vielen einfach der wichtigste Punkt. Und dann weiter zu machen mit Studium oder Ausbildung. Genau. Und bei den Themen, die eher bedrücken oder Sorge bereiten, ganz klar vorne das Thema Kriege. Das ist mit großem Abstand wirklich das wichtigste Thema. Weltgeschehen, politische Ereignisse, aber auch Klimawandel. Und genau, das sind Themen, die die Sorge bereiten. Manche sagen aber auch, es gibt nichts, was ihnen gerade Sorge bereitet. Es ist natürlich auch schön, dass einige da befreit von Sorgen sind. Sie haben das Thema KI eingangs schon angesprochen. Immer mehr Jugendliche nutzen diese künstliche Intelligenz auch im schulischen Einsatz. Eine problematische Entwicklung in ihren Augen? Genau. Also wir sehen, dass von den Jugendlichen, die KI nutzen, das sind ungefähr knapp zwei Drittel. Und von denen sagen noch mal 65 Prozent, dass sie KI im Kontext der Schule oder für die Hausaufgaben einsetzen. Wie das jetzt zu bewerten ist, das ist aufgrund von unseren Daten noch nicht so abzusehen. Das können sicher die Erwachsenen oder Lehrerinnen und Lehrer, die im Kontakt mit Jugendlichen stehen, die können da sicher schon einiges rückmelden. Aber was wir halt sehen ist, dass es in den Schulen angekommen ist. Das ist die Hauptnutzung von KI ist für den Einsatz im Kontext der Schule. Und dass es deshalb ganz wichtig ist, dass KI einfach mitgedacht wird. Also von denjenigen, die mit Jugendlichen zu tun haben, dass sie einfach wissen, sie haben das Smartphone in der Tasche und da ist, steckt KI quasi dabei und kann auf Knopfdruck aktiviert werden. Das heißt, dass man vielleicht auch überlegt, ob man andere, ob man es methodisch auf jeden Fall einbindet. Das ist, denke ich, wichtig, dass man auch schaut, es wird auch von 40 Prozent zur Informationsgewinnung verwendet, dass man schaut, was ist denn eine gesicherte Information? Wie muss ich mit Informationen, die mir KI erzeugt hat, wie muss ich mit denen umgehen, dass man das gemeinsam einordnet. Ich glaube, das ist, finde ich, das Wichtigste, dass man es einfach weiß und mitdenkt. Für viele ist das Smartphone ja auch eine Informationsquelle. Jetzt sagen aber auch einige der befragten Menschen, es gibt so viele schlechte Nachrichten. Ich will das alles nicht mehr lesen. Sprich, wie kann man diese Meldungen übermitteln, damit die nicht so eine seelische Belastung sind, wie von den Jugendlichen zum Teil dargestellt? Ja, ich denke, das ist schwierig, dass man da die Art der Nachrichten ändert. Denn das ist einfach sehr wahrscheinlich, dass sich da in nächster Zeit an der Art, wie die Nachrichten reinkommen, nicht so viel ändern wird. Was, denke ich, wichtig ist, ist Coping-Mechanismen an Jugendliche weiterzugeben. Und dieses Thema News Avoidance, wenn man das einfach so sieht, könnte man sagen, okay, das ist problematisch. Jugendliche vermeiden Nachrichten. Aber es kann auch Teil einer Coping-Strategie sein, also ein Umgang mit Nachrichten, dass man sagt, in den und den Zeiten setze ich mich bewusst nicht mit Nachrichten auseinander und habe dafür meine Phasen, in denen ich dann bewusst nach Nachrichten suche. Also das kann auch schon ein Zeichen dafür sein, dass Jugendliche hier versuchen, das Nachrichtenverhalten selbst zu regulieren. Also letztendlich geht es darum, den richtigen Umgang damit zu finden. Yvonne Gierig, vielen Dank für die Auskunft und den Besuch hier heute Abend. Gerne.